Das altbekannte Thema Trageerschöpfung. Was sagt es denn schon aus? Das Pferd ist vom Tragen erschöpft. Das geht mit dem Rücken einher, zieht sich hin bis zu den Hufen. Ja, es ist nicht so, dass ein Pferd einfach fühlig läuft, ob Barhof oder mit Beschlag. Da müssen wir einfach schauen, wo drückt der Schuh? Ein bisschen eng gewesen.